Giuseppe Cardinal Sieri war Erzbischof von Genua und Kardinal. Als einflussreicher Theologe und Kirchenpolitiker war er über Jahrzehnte Wortführer des konservativen Kirchenflügels. Leben Giuseppe Sieri wurde am 20. Mai 1906 als Sohn von Nicolo und Giulia Sieri in Genua geboren. Nach seiner Schulausbildung in Genua studierte er katholische Theologie an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Am 22. September 1928 empfing er durch Carlo Cardinal meiner Eti das Sakrament der Priesterweihe und setzte anschließend seine Studien in Rom bis 1929 fort. Am 14. März 1944 ernannte ihn Papst Pius XII. zum Titularbischof von Laivias und zum Weihbischof im Erzbestimm Genua. Die Bischofsweihe spendete ihm Pietro Cardinal Berto S. J. am 7. Mai 1944. Am 14. Mai 1946 ernannte ihn Pius XII. zum Nachfolger Berto's als Erzbischof von Genua. Am 12. Januar 1953 nahm ihn Pius XII. in seinem zweiten und letzten Konsistorium als Kardinalpriester mit der Titelkirche Santa Maria della Vittoria in das Kardinalskollegium auf. Er war eine der zentralen Figuren des Zweiten Vatikanischen Konzils und vertrat im Coetus Internationalis Patrum eine konservative Position. Zusammen mit den Kardinalen Alfredo Ottaviani und Ernesto Ruffini. In den beiden Konklaven des Jahres 1978 wurde er von den Konservativen favorisiert und er lag in den Wahlen aber zunächst Albino Luciani. Einen Monat später dann Karol Woitüla. Seine Auseinandersetzung mit der »Theologischen Bewegung unserer Zeit« hinterließ er in seinem auch in deutscher Sprache erschienenen Buch »Gizemani«. Er griff darin namentlich die Theologen Henry de Lubac, Karl Rahner und Jacques Maritain an, warf ihnen Geschichtsfälschung vor und wandte sich gegen eine »historistische Geisteshaltung« und »absoluten existenziellen Relativismus« auf der »Basis des kantischen Betrugs«, gegen »radikale Verfälschung der Offenbarung« und »pluralistische Auflösung« des Glaubens an die Inkarnation.« Siri starb am 2. Mai 1989 in Villa Campo Stano und ist in der Kathedrale San Lorenzo in Genua begraben. NS-Fluchthilfe 2002 veröffentlichte der argentinische Journalist Tuki Goni Informationen über die Aktivitäten des Erzbischofs bei der NS-Fluchthilfe, der sogenannten Rattenlinie. Siri unterstützte die päpstliche Hilfskommission Pontifische Kommissione die Assistenza und gründete das nationale Komitee für die Auswanderung nach Argentinien sowie das Hilfswerk »Auxilium«, das von Monsignore Carlo Petranovic geleitet wurde. Nach US-Geheimdienstberichten aus dem Jahre 1947 so Uki Goni stand der Erzbischof einer internationalen Organisation vor, deren Ziel es ist, die Immigration antikommunistischer Europäer nach Südamerika zu organisieren. Diese allgemeine Klassifizierung Antikommunisten schließt alle Personen ein, die politische Gegner der Kommunisten sind also auch Faschisten. Ustaschen und ähnliche Gruppierungen, Ehrungen 1963 Großkreuz des Verdienstordens der Italienischen Republik 12. 33. 33. 36. 34. 39. 41. 49. 41. 42. 42. 45. Vielen Dank.